Hey Leute, heute bin ich wieder als krimineller Sniper in Notruf Hamburg unterwegs, Leute. Das ist aber nicht alleine, wir haben einmal Notarztunterstützung und natürlich... Ja, Leute, endlich mal wieder. Wir sind wieder vereint und das in unserem, wie sagt man, Naturgebiet, Leute. Wie sagt man das, in unserem Habitat, Leute. In unserem Reveal, aber ich meine auch als krimineller in unserem, weißt du, so in unserem Blutliegenden. Wichtig, Leute, bevor wir jetzt zu Markus rennen und uns Waffen besorgen, checkt die Beschreibung, da findet ihr Bibos Kanal und genauso wichtig, abonniert meinen Kanal. Jetzt natürlich viel Spaß beim Video. So, Leute, wir rüsten uns aus bei Markus. Einmal die Sniper G36 und die Schlagregel, die eh kostenlos sind. Ich hoffe, wir gehen nicht direkt rauf, Leute. Er besorgt sich gleich den Notarztjob und ich und Bibel verschanzt uns. Ja, erstmal, nee. Erstmal rauben wir die Bank aus. Hast du eine Bombe? Oder soll ich eine holen? Äh, ja, ich hab zwei. Ah, okay, perfekt. Alles klar. Ja, dann sehen wir uns auf der Veröffentlichung selber, Leute. Bis gleich. Okay, Leute. Hier vorne ist direkt Action. Was geht hier ab? Da kommt noch mehr Polizei. O, 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 o. Schieß auf ihn, schieß auf ihn. Schieß auf ihn. Oh, nein. Oh, nein. Ich hab ihn einmal getroffen. Ja, ja, ich jene auch. Ja, du bist das gewesen. Ich höre ein Auto. Schnell weg, bevor jetzt die nächsten kommt. Aber wohin? Hier sind ziemlich viele. Das ist eine gute Frage. Jetzt schau mal ganz kurz. Wo fahren wir denn hin, Leute? Oh, Notarzt fährt raus, ist das? Ich glaube schon. Alles klar, alles klar. Oh, Policia, Policia. Hier, hier, hier. Guten Tag, guten Tag. Oh, oh, ey, was ist das denn? Okay. Ja, ich würde sagen. Oh, ich habe den Remote-Control vergessen. Egal, ich habe auch keinen. Ja, doppelschlicht. So, park das Auto einmal ganz kurz hier so ein bisschen. Ein bisschen außerhalb. Check du mal die Bank, ich habe halt so lange Stellung hier. Lad einfach meine Sniper nach hier. Ah, ich habe mich in den Schild fangen. Sniper ist auch noch nicht nachgeladen. Das ist ein guter Tipp gewesen. Okay, 36 wird ausgepackt, Leute. Sie ist grün. Grün, 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 Leute. Bank. Okay, 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 komm, komm, komm. Dadurch, dass wir jetzt auch teilen können, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dadurch, dass wir jetzt auch wieder teilen können. Schütze ich und du solltest alles ein. Okay, okay, okay. So. Oh, ich mache schon mal das Tor. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Genau, genau, genau. Oh, genau, Star Wars. No. Oh, das ist so nervig. Oh, ich höre Polizia. Ja, ja. Okay, okay, okay. Er hält auch noch die Tür zu. Okay, okay, okay. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr nice, sehr nice, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Oh, und hier alles einsammeln. Oh, und hier alles einsammeln. Nice, 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 Leute. Das schmeckt schon wieder sehr gut. Möchten wir aber über das Dach? Ja, ja, würde ich sagen, oder? Ich würde auch sagen. Ich glaube, jemand wartet auf der anderen Seite. Ich glaube auch, dass wir durch die Wand... Oh, hier kommt einer, hier kommt einer, hier kommt einer, pass auf. Ah, ja, die kommt auch hoch. Kommt auch hoch, kommt auch hoch. Okay, okay, okay. Ich komme auch. Ja, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Uh, Leute. Genau, für Game, ja. Ich glaube aber, wir haben alles. Ich glaube, wir haben alles. Also, ein paar Scheine vielleicht allerhöchstens. So, dann machen wir die... Ey, das ist ja so eine coole, neue Sicht mit der Kirche hier. Ich war so lange nicht mehr auf der Bank drauf. Schüsse. Unser Auto. Unser Autos. Ach, nee. Warte. Jemand steht bei meinem Auto auf jeden Fall. Boah, drei Polizeiautos stehen hier. Oh Gott. Ja, warum war hier runter schießen hier? Äh, snipen, raus da. Pass auf, erst mal. Kommt aus eurem... Alter, ja, ja, ja. Oh Gott, zwei gleich. Oh mein Gott. Das schaffe ich. Ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen. Ich habe einen. Ich muss kurz Kekse essen. Geh nach unten, geh nach unten. Also, unter das Dach. Ich muss nachladen. So, alles klar. Oh nein, der hat mich auch einmal gut. Gut, gut, erwischt. Ja, ich habe den SCK. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe ihn auch gut. Und den... Ja, Mann. Oh mein Gott. Easy, Mann. Kurz straight. Ey, da ist doch einer, da ist doch einer. Der ist doch einer. Vorsichtig, vorsichtig. Ich habe ihn auch gut. So, ich muss nachladen. Ach, nee, doch. Ich habe ihn einmal. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und komm schon, zeig dich, zeig dich, Kollege. 3, 2, 1. Und du bist meins. Oh nee, ah Mann, der hat mich leicht erwischt. Oh, da ist dir rechts. Ja, ich habe ihn auch. Nein, ich bin aber auch da. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, nein. Oh, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Loll, er ist auch fast komplett hergegangen, aber. Aber so close, Leute. Durch die Bluttransfusion verlebt, glaube ich. Sie hat auch mal richtig. Oh, sehr gut. 2 Notenheitstyampa hier auf Start, die mich verraten. Loll. Das ist sehr, sehr gut. Ich versuche hier weiter zu snipen. Ich snipe hier weiter. Ich snipe hier weiter. Ich hole die hier alle weg, Leute. So, alles klar. Ich fange hier unten an. Sehr gut, sehr gut. Der eine hat sich ausgelockt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Pass auf. Ich höre noch wen snipen. Ich höre eine zweite Sniper. Ich glaube von hier irgendwo, oder? Kann das sein? Das hat sich so von hier angehört. Leute. Ah, mein Auto steht hier. Sehr gut. Okay, hauen wir ab. Ich glaube, wir hauen ab, oder? Ich versuche, die noch zu killen. Das macht doch meine Ehre jetzt hier. Der kommt halt nicht raus. Das ist halt der Fischkopf, ist das. So, warte. Ja, ich komme runter. Uh. Oh, mein Gott. Oh, oh, lass abhauen. Ich komme mit. Oh, nein. Bring mich nur zu meinem Auto. Ne, das ist dumm. Das ist dumm. Das ist dumm. Das war dumm. Ja, das war dumm. Ich wusste es. Ich wusste es. Das war so dumm. Ich wusste direkt, dass es eine dumme Idee war. Okay. Ja, du hast ihn getroffen. Sehr gut. Hinter dir ist auch noch zwei, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob er kriminell ist. Ich holt jemand hoch. Aber ihr müsst aufpassen, dass mich keiner verhaftet in der Zeit, genau. Ah, ein Polizeiprohagen parkt hier vor. Jemand steht hier. Einer steht hier. Alles klar, alles klar. Er kommt. Ich stehe, ich stehe, ich stehe, ich stehe, ich stehe, ich stehe, ich stehe. Das ist nicht gut, weil er mich verhaftet. Er hat mich, er hat mich, er hat mich im Auto. Ach, Mann ey. Warte. Ja, macht das Auto kaputt. Genau. Schieß auf die Reifen, dann geht es richtig viel Leben weg. Schau zu. Nein. Ich sehe das Auto vom Leben, glaube ich, leider nicht. Nein, ich bin auch fast da und läuft. Nein. Oh, wie viel Action. Hinter dir ist ein Korb, hinter dir ist ein Korb. Pass auf, pass auf, er kommt um die Ecke. Ja, ja. Okay, ich sehe nichts mehr. Böser Loku, schreibt er. Hä, du bist böse, dass du mich verhaften willst. Ey. Mann, ich kann kein Smiley schreiben. Was ist das denn? Loll, ich schaff's zu retkommen, ich schaff's zu retkommen, ich schaff's zu retkommen. Ja, 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 und los geht's. Ja, das haben wir geschafft, doch nicht. Ne, ich bin im Gefängnis. Ach, ne, Mann ey. Ah, Leute. Okay, wir sehen uns gleich außerhalb des Klassens wieder. Oh, Leute, ich bin wieder auf freien Fuß. Erstmal Markus besuchen. So. Ja, ja. Ich mach hier einfach ganz schnell. So, 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 so. Ey, aus dem Weg. Ey, hier steht schon jemand bei Markus. Ich muss schnell sein. Polizia? Ja, ja. Der hat mich komplett irritiert. Ich dachte, da steht jetzt schon ein Polizeiwagen hinter mir. Schnell weg. Da steht echt ein Polizist. Was? Wo bist du? Ein SCK direkt bei der Polizei. Ey, bist du im Klass jetzt wieder, oder? Ne, 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 ne. Er hat mich irgendwie nicht gecheckt zu verhaften. Er hat es irgendwie nicht gerafft. Wie? Okay, sehr gut, sehr gut. Also, ich konnte einfach flüchten quasi. Na, mein Auto ist kaputt. Da hast du schlecht. Samgai, 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 Samgai. Samgai, mach dein Auto auf. Nimm mich mit. Fahr, 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 fahr. Oh nein, er ist mit eingestiegen. Okay, ähm, wo bist du? Äh, Aris Tankstelle. Oh nein, lol. Ah, was? Er hat meine Reifen platt gemacht, Alter. Im Drive-By einfach. Junge, was ist denn hier? Was? Da vorne bist du. Da vorne bist du. Wir sind im Wagen hinter dir. Oh, oh, oh. Hinter dir. Hier, 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 hier. Schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Und einmal einsteigen. Oh, was ein Flüssiger. Unter uns ist Polizei. Oh, no, 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 no. Kurzer Wagen-Switch. Wir müssen kämpfen. Das sind zwei Leute. Gehen wir kämpfen? Gehen wir kämpfen? Gehen wir kämpfen? Ja, ja, ja. Müssen wir, müssen wir, müssen wir. Okay, 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 okay. Ich muss nachladen. Einer ist down, einer ist down, einer ist down. Der zweite SEK ist down. Der zweite SEK ist down. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Ich bin auch down, nein. Aber der SEK kann nicht mehr viel haben. Der SEK kann nicht mehr viel haben. Ich habe den so oft rot gehittet. Der steht da hinter dem grünen Auto. Der steht hinter dem grünen Auto, hinter dem grünen Passat. Oh, nein, ich bin auch down, nein. Nein, nicht schon wieder. Aber hier stehen zwei Leute, die mich verhaften wollen. Ich glaube, das ist so ein kleiner Server von Polizisten. Ich stehe, ich stehe, ich stehe und werde nicht verhaftet. Oh, mein Gott. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, nein, wir machen uns ein bisschen weg. Warum bist du weggefahren? Ey, Gaymeier hat alles kaputt gemacht. Einfach mich wieder den Cops ausgeliefert, wo ich mich kurz heilen wollte. Oh, ei, 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 ei. No, ich liege. Keine Infusion mehr. Oh, oh, Leute, hör dich gut, hör dich gut. Aber echt viel Polizei, das kann doch nicht sein. Ey, die Folge, alle jagen uns. Ja, ne, deswegen. Guck mal, hier stehen fünf Autos gefühlt. Ja, aber kann man nicht so machen, Leute. Wir haben die trotzdem einmal richtig, richtig heftig geärgert hier, würde ich sagen. Ey, ich hoffe, ich stehe gleich einfach auf, ohne dass die das raffen. Ey, nein, hier kommt jemand und will mich heilen. Lass mich in Ruhe. Ey, ja, war vorbei. Jetzt steht jemand, will mich hier verhaften. So, Mist. Ach ja, egal, 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 egal. Zwei Momente, komplett umsonst Geld ausgegeben, Alter. 20k einfach mal im Wind geschossen. Joa, passiert. Joa, selten passiert. Okay. Und ich werde auch jetzt hoch holen. Warum leben so viele von denen eigentlich wieder? Warum, warum? Das check ich, deswegen, das verstehe ich auch nicht irgendwie. Das sind so immer ganz schnell, auf einmal stehen wieder so viele Polizisten. Und die haben dann alle voller Energie. Das ist so heftig irgendwie. So. Ich hoffe, dein Auto geht kaputt. Lol, der hat mich jetzt in ein Notarztauto gepackt. Oh, Mann. Ey, jetzt geht ja noch wen anders verhaften. Ist der besoffen? Junge, fahr doch los, Mann, ey. Der hätte mich jetzt voll wetten können, der Herr Notarzt. Alter. Der Polizist hat mich einfach in ein Notarztauto gepackt. Sein Auto ist, glaube ich, kaputt. Sein Auto ist kaputt. Lul, das bist du. Hey, guck mal. Lul, ey, was geht? Hey, wir sind im selben Auto, Lul. Let's go. Hey, meinst du, der ist gut vielleicht? Also, der eine, der... Ich glaube, der will uns netten hier. Ich hoffe. King Dog, nein. Jetzt kann er noch gar nicht mitfahren. Jetzt hat er da vier... Er muss ihn freilassen. Oder ins andere Auto. Lul, Lul, hier. Theoretisch kann er den in mein Auto packen. Ist so. Die brauchen. Ja, willst du mal, fahr mal los jetzt hier. Oh, nein, nicht. Du willst nicht draus lernen. Was für lernen. Ne, der ist der. Kann er jetzt mal losfahren oder fahrt der denn? Fahrt uns jetzt mal. Hallo. Verhafte uns jetzt doch mal. Junge, Junge. 20 Jahre später hier, oder was? Ja, sind wir zuerst aber auch nicht. Wir haben Termine, Termine, Leute. Okay, wir sehen uns im Knast. Ja, sind wir auch schon wieder. Polizia, Polizia, Polizia. Ich schieße gegen das Auto. Ja, ja. Er ist ausgestiegen. Oh, wir müssen, wir dürfen uns nicht treffen. Wie habe ich den denn jetzt nicht getroffen gerade? Oh, hier ist auch noch ein schöner Diamant. Er verbrügelt ihn. Er will mich schlagen. Wir haben auf jeden Fall hier ein paar Reifen kaputt. Sehr gut, sehr gut. Dann ist das... Bus ist da. Ich höre Polizei, glaube ich. Oh, ein zweiter Diamant ist auch hier. Komm her. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gönn dir, gönn dir einfach. Okay, 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 okay. Noch ein Auto, komm, noch ein Auto, komm. Bibo schießt, schießt, schießt. Und ich gucke und raub alles aus. Oh, ja, fetter. Oh, zwei Polizisten. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Lauf weg, lauf weg. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Nein, Loll. Wir haben K-Frosch gemacht. Loll. Ey, ich habe ihn nicht einmal getroffen. Was ist das denn? Oh, der haut auch direkt ab, Loll. Welches Auto? Hier vorne, genau, pass auf, Loll. Oh, nein, nein. Der naps dich jetzt auch noch, Loll, pass auf. Ei, 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 das war ja jetzt einig, Leute, ei, 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 ei. Zu zweit sind die einfach auch unterwegs, nicht schlecht, aber pass auf, ei, ei, ei. Und der Asyl hier links steigt die ganze Zeit immer so auf. auf asiatische Stützeichen. Auf chinesisch oder so. Ey. Okay, let's go. Pass auf. Ui, Auto ist gesponged bei dir. Das kannst du nutzen eigentlich. Ja, ja, I do it. Ich lasse mich nicht nochmal verhaften ungern. Der hat auch nicht mehr viel Energie hier, aber der fährt jetzt, glaube ich, weg. Der fährt zu dir, pass auf, der wird nicht gleich von der Seite. Hier, 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 das weiße Auto, das weiße Auto. Nehme ich mit, nehme ich mit, oh, nein. Och, nö, was ist das denn, Freunde? Sehr gut, sehr gut, das Gamer hier in dem Ding ist. Okay, einfach kurz weg, wir müssen kurz weg, er muss mich kurz heilen. Alter, ich bin so lowlife. Komm von der anderen Seite. Hinten, rechts. Hinten, rechts. Ums Haus. Der will mich bestimmt jetzt erstmal verhaften. Ey, der macht dein Auto einfach kaputt. Digger. Bleib hier einfach stehen jetzt. Die gehen nochmal rein, die sind hier noch am Start. Ja, ist okay. Der schießt doch ein anderer, oder nee, das ist ein Polizist. Leute, der schießt sein Auto komplett kaputt. Das ist irgendeiner, der gar nichts, das ist keiner von den beiden. Ah, ja, stimmt. Der Kollege von uns hier, der soll mich überheilen. Ich schieße von jedem ab, ich habe ihn einmal getroffen. Zweites Mal. Das sind alles Chinesen, glaube ich, oder so. Die schreiben alle mit asiatischen Stiftzeichen. Oh mein Gott. Ich bin auf eine sehr... Und der schießt auch meine Augen zu, Alter. Junge. SKO? Ja, du hast die Worte geworfen. Karma. Ich schieße auf das Auto. Ja, äh. Pass auf, pass auf. Oh, und die hauen einfach leider. Ja, der ist gut, der ist gut, der ist gut da. Ja, der hat nicht getroffen. Oh, beide sind jetzt richtig laut. Ja, sehr gut, sehr gut. Pass auf, einer hinterm Baum, einer hier hinterm Auto. Einen habe ich. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, der ist... Nee, der steht... Liegt da, ich dachte, der ist auch da. Okay, der ist wieder raus, der ist wieder raus. Ja, ja, ja. Kollege, bleib hier jetzt, Alter. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Leute, das kann nicht wahr sein, ey. So mies gelaufen. So mies gelaufen, wirklich. Schade, ich frag mich, was der Typ da jetzt noch geschrieben hat. Ja, das wüsste ich ja auch gern. Ich hoffe, er geht wenigstens Props raus, ey. Ja, ja, ja. Ach, Mann, nein, alles gut, alles gut. Oh, Leute, okay. Alles gut. Okay, das ist jetzt erst 20 Jahre hier. Wahrscheinlich doch, ey. Leute, er wurde beschossen. Er wird beschossen. Ich hoffe, es ist einer unserer Boys. Äh, jetzt fahr nicht weg. Fahr nicht weg, du Fisch, komm. Mässt dich hier den Kampf. Okay. Wenn er weit genug weg ist, können wir uns auch auslohnen. Oh, schade. Oh, close. Oh, Mann, Leute. Leute, wir sind hier auf uns ganz komischen auf der Spur. Die sammeln hier die Kriminellen alle in Autos. Glaub ich. Oh, mein Gott. Langsink. Lutz. Leute, ich hasse sowas. Meepaut ist raus. Gott. So, Leute. Der Kollege hat sich hier gerade mal einen Sniper geholt. Wir sitzen immer noch im Auto. Seit bestimmt 10 Minuten sind wir jetzt auf uns. Der will uns nicht verhaften. Der will uns nicht verhaften. Das Dach ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Er hat den Vorteil. Da kommt einer hoch. Nein, nein. Da kommt einer hoch. Leg dich. Er hat nur die Sniper geholt, glaube ich, leider. Ganz schlechte Idee gewesen. Ei, ei, ei. Ja. Nee. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich glaube nicht. Und? Wenn er den Spin jetzt rausholt. Das wäre natürlich heftig, ey. Das wäre so crazy. Aber die wollen uns einfach nicht verhaften. Der hat nur noch halb Leben, dieser Anonymen. Der müsste echt nur noch einmal gewasht werden. Der Snack, der Snack, der Snack jetzt was. Ja. Der obere ist K.O. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter. Geh mal. Ja, ne, die gehen. Nein, er fährt weg. Pass auf, da kommt der nächste schon. Er kommt näher ran. Er geht näher ran. Gib ihm einen Hit. Gib ihm einen Hit. Kollege, los. Vorsichtig, vorsichtig. Ja. Nein. Er ist eingestiegen. Er ist wieder eingestiegen. Aber er ist nicht gestiegen. Ja, ja, ja. Oh nein, 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 nein. Ei, ei, ei. Oh, ich wünschte, ich hätte jetzt noch so einen zweiten Computer. Oh, ehrlich. Das wäre so cool. Ich rette mich selber. Ja, genau. Oh Mann, Leute. Was? Ja, nein. Oh, von innen, von innen, von innen. Super. Ja, was ist da denn los? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Der arme Dude. Der arme Dude. Der arme Dude. Das war zum Scheiterverurteil. Ei, ei, ei. Schade, schade, schade. Aber die wollen uns nicht verhaften. Keine Ahnung. Die schillen hier nur rum den ganzen Tag. Nee, mal gucken, wie das endet, Leute. Das ist voll mit Crimes. Das verstehe ich nicht irgendwie. Äh, voll so mal was. Eigentlich ein SEW, ne? SEW. Äh, nee. Nee. Mein SEK-Auto. Oh mein Gott. Ich schreibe jetzt nochmal. Du gibst gleich Noob. Ich fang wieder an zu spammen. Ja, ja, ich auch. So, wie jetzt Noob. 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 Das verstehe man eigentlich in jeder Sprache. Noob. Ich wollte gerade sagen, das sollte er international sein. Noob. Noob. Alter Schwede. Junge, jetzt schnappt er sich den Nächsten, den er einfach nicht verhaften wird. Junge, Junge. Oh Mann, Leute. Wir sehen uns, wenn irgendwas Spannendes passiert. Ja, toll. Jetzt geht's hier weiter, oder was? Verhaftet er uns jetzt, oder? Lol. Die haben einfach... Achso, nee, okay. Jetzt verhaften die uns entscheiden. Gottes. Junge, Junge, Junge. Schreib doch einmal Noob. Ich wollte gerade sagen, ich spammte doch mal ganz schnell. Lol. Die sammeln einfach XP wahrscheinlich für den hier. Ja, für den Kekko da, ey. Jure, Jure, Jure. Riesiger Fischkopf. Leute, die haben mich einfach nur hingesetzt. Die haben mich einfach nur hingesetzt. Nicht im Ernst. Jure. Noobkopf, Noobkopf, Noobkopf. So. Moin. Moin. Ja, und jetzt? Gucken die uns einfach nur an. Und die Maut ein bisschen. Ich würde zu gerne das jetzt einfach auf unserem Discord posten. Ey, wirklich, ne? Wollen wir? Los. Ich meine, wir sitzen eh noch fest. Aber eigentlich machen, ne? Leute, wir rufen jetzt euch zum Meute auf. Mal gucken, wie es ausgeht. Leute. Richtig gut. Die ganze Weile jetzt hier sitzen. Bis dahin, schaut ihr in unsere Beschreibung rein. Da findet ihr einen Haufen Links, die zu richtig coolen Seiten führen. Und vergesst nicht, Bimo und Loco zu abonnieren, Leute. Ja, ich glaube, ne? Okay, Leute. Hier passiert auch nix mehr. Alle wissen es im Knast. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Yo, Leute. Der Kollege hat uns hier ehrlich gesagt auch gerettet. Der hat einfach rejoined und hat beide platt gemacht. Einziges Problem. Oh mein Gott. Da kommt mir doch alles rein. Oh Gott, no. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Oh, hier DGR. DGR. Das war noch einer davon. Ja, 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 deswegen, das ist irgendwie so ein chinesischer Klan. Ey, der wird hochgeholt. Ey, Josi, du bist der größte 31er, den es gibt. Ohne Witz. Josi, einfach richtige 31er. Wir sind hier auf einem übelsten chinesischen Server gelandet irgendwie und DGR scheint wohl ein chinesischer, keine Ahnung, Klan zu sein oder so. Oh Mann. Wir haben uns mit der Mafia angelegt, Bimo. Mit der Mafia. Oh, verdammt. Okay, Leute, jetzt nochmal wirklich tschau. Ja, tschau.